Alien 3 auf dem Super Nintendo habe ich damals als Kind bekommen und fand es echt gut. Unfassbar gute Atmosphäre, aber auch sehr sehr schwer und vom Spielaufbau doch ein wenig Metroidvania. Habe es aber bis heute nie durch geschafft. Trotzdem mag ich mittlerweile die 8-Bit-Version viel lieber. Warum? Ihr werdet es gleich erfahren. Als erstes sticht die sehr bunte Optik ins Auge und ich liebe sie. Das Spiel ist deutlich kleiner als der 16-Bit-Ableger. Es sind kleinere Level, aber dadurch auch deutlich überschaubarer. Ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Gefangenen befreien. Sigourney Viva kann springen und schießen. Da es verschiedene Waffen gibt, wie Flammwerfer und Granaten, könnt ihr sie wechseln, indem ihr nach unten drückt und Knopf 2. Was ihr auch braucht, da man die Granaten auch gemütlich unterm Leiterkletter nach unten werfen kann. In dem Waffeninventar könnt ihr auch ein Radar auswählen, um die Gefangenen zu lokalisieren. Aber ich bin einfach immer wild rumgelaufen und habe sie so gesucht. Macht es irgendwie spannender. Auch durch Schächte könnt ihr klettern, was ziemlich unerwartet kam. Hätte ich nicht von diesem Port erwartet. So kämpft ihr euch durch diverse Räumlichkeiten und Höhlen. Habe ich schon erwähnt, wie unfassbar grandios ich die Xenomorphs hier finde. Super detailliert und im Blau wirklich ein Hingucker. Solltet euch ein Facehugger angreifen, einfach wild hin und her bewegen, dann fällt er wieder ab. Natürlich solltet ihr das Zeitlimit nie außer Augen lassen. Das geht oft ganz schön flott nach unten. Man läuft hier nicht auch einfach links nach rechts, sondern ihr müsst das Level schon wirklich absuchen. Man ist ständig in Bewegung. Leiter rauf, Leiter runter. Man hüpft über fahrende Plattformen, um andere Stellen zu erreichen. Klettert durch jeden Schach, den man findet, obwohl noch gar nicht ersichtlich ist, ob sich vielleicht ein Xenomorph dahinter versteckt, was auch nochmal für Spannung sorgt. Ich meine, klar gibt es jetzt im Level-Design nicht so heftig viel Variation. Es sind meistens halt gebäudetypische Level, die in verschiedenen Farben sind. Aber mir reicht sowas oft in 8-Bit oder vielleicht ist man mal in einer Höhle. Aber meistens unterscheidet es sich halt nur ein bisschen durch Farben und hier und da mal ein Detail im Hintergrund. Aber hey, das ist 8-Bit und man spielt hier Alien 3 und man ist ja sowieso auf einem fremden Planeten in irgendeiner Einrichtung. Da gibt es eben nicht so viel Variation. Und nicht nur als Endgegner steht euch ein sehr großer agiler Xenomorph gegenüber. Der taucht auch mal so auf als Endgegner. Die Musik ist auch nicht zu verachten. Hört mal kurz rein. Richtig guter treibender Soundtrack. Das Spiel empfinde ich nicht ganz so als Hardcore wie die 16-Bit-Versionen. Aber trotzdem ist es herausfordernd. Durch die Agilität der Aliens, das Zeitlimit und das Suchen der Gefangenen kommen einige Komponenten zusammen, die Stress auslösen könnten. Aber hey, alles Easy. Es ist ja nur ein Videospiel. Und hier kommt auch zugute, dass es eben in Level aufgeteilt ist. Also in eher kürzeren Level. So ist auch der Wiederspielwert größer und wenn man versagt, muss man nicht 3-4 Stunden spielen, um wieder an den Punkt zu kommen. Ich muss gestehen, dass ich die Version von Alien 3 am liebsten mittlerweile mag. Diese kunterbunte 8-Bit-Grafik spricht mich einfach total an. Spaßiges, funktionierendes Gameplay und ein super Soundtrack machen es zu einem echt guten Lizenzspiel. Hättet ihr mit Sicherheit nicht erwartet, wenn euch jemand gesagt hätte, es gibt Alien 3 für das Master-System, oder? Und vor allem, wenn er dann auch noch sagt, das ist seine liebste Version von diesem Spiel, obwohl es 16-Bit-Ableger gibt. Aber dafür bin ich ja da. DENGER!